Hallo! Tja, heute machen wir die letzten 4 Runden, es tut mir leid. Tja, willkommen zu X-Marc, also 4. Tja, wann enden sie weiter? Gestern sollten die letzten Verfunden kommen, doch er hatte da Probleme. Tja, ich werde nun die nächsten 2 Parts werden, dann... Oh ne, er holt den nächsten Stern, oder? Ja, er holt den nächsten Stern. Ich habe noch keinen Stern geholt. Und, tja. Deswegen, ja, 4 Parts, kurzer. Kurzer, also, es tut mir leid, Leute. Und, tja. Ja, ich möchte es ausgeben, somit habe ich den ersten Stern geholt. Yes! Boah, ich bin so stolz gerade, dass ich den ersten Stern geholt habe. Oh mein Gott! Erster Stern. So, wo ist der letzte Stern? Was? Hier oben? Wow. Dunkelgarten aus Null. Ah! Danke, du kommst zu mir. Ha! Ah! Jetzt kenne ich das wieder, die Lampe. Oh, was passiert denn nun? Mit dem? Okay, du kommst zu mir? Ja, du kommst zu mir! Da tue ich schlauchte. Das ist ja so... das ist ja so... Das ist ja so? Was passiert denn, wenn du ihn? Oh, ich bin so! Ich habe dich, das ist ja so. Ich habe dich nicht. Ich bin so... verdammt. Und er holt sich den nächsten Stern. Ja, das... Aber wenn ich die Lampe hätte, dann hätte ich da auch Fußgarten holen können. Deswegen führt er die Runde wieder an. Mit drei Sternen. Nein, eben mit drei Sternen, oder? Hier drüben? So, nächste Minispiele, und das ist... Vierster Minispiele. Ich bin Bock um... Manta-Ringe. Manta-Ringe? Ich mag doch keine Mantas. Okay. Ich zählt die ganze Zeit, ah! Ich glaube, ich schnell... Hey, aus dem Weg! Hey, seid ihr so unfair? Ich fand ja so unfair. Aber ich habe gewonnen! Knapp, aber ich habe gewonnen! Wow, ich bin der Sieger! Ich habe gewonnen! Sehr knappes Ding, aber... Ich habe gewonnen! Plus 10! 19! Fast keine Eins-Tern holen! Das ist ganz klar. Ja, aber ich glaube... Ich glaube... Die letzten beiden Runden werden echt spannend. Okay. Mhm. Mhm. Ähm... Hm? Das... Eine 10! Hala, hier. Hopsa-sa! Wow, 25 Mini Mini Dominikon Maxi Pels Ich glaube, in der Kunde nehme ich auch einen Maxi Pels Die Sompfmaschine Die Sompf jedermann Die Sons Darth Da Und wieder ein Kampf für die Spiele! Und wie viel willst du? 30! BAM! Ihr habt dann 0, aber... Was ist das denn? Irgendwann mit einem Stift, oder? Linien führen! Ach, okay! Linien führen, das ist ja klar! Doch bei OL, ich muss Linien führen! Start! So gut geteignet! Also... Wie wird das? Happy! Ja! Wann witt ihr? In der Zeit... Ich will nichts, das macht nichts! Ich... So, nun kommen wir wieder an, wenn wir nicht spielen. All gegen Mario, das finde ich echt toll. Und da kommen wir nicht wieder. Ich sehe Schlamm, Schlaumschläger. Schaumschläger oder was? Ah, das ist dann fast. Okay. Ah, ah, okay. Stop! Was, Mario hat überlebt? Nö, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wie kann ich sowas überlegen? Wir sind jetzt hier. So. Wow, 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 wow. Eins. Passiert nun mit mir. Ich habe das ganze Ende, okay? Sagt. No! Búsa... Búsa, Dangeekong! Oh my god, we did two of that's how we can Wir sind wieder da. So. 2 gegen 3 und... Die große Entweichung. Hä? Werden wir entweicht oder was? Ah, ah, stimmt. Okay. Stop! Yes, Gangi-Bong. Yay! Und die anderen sind nicht so untörig wie ich. Danke für die 10. So. Ach, übrigens, wir bekommen noch einmal. So, die letzte Runde. Aber ich muss jetzt den Alten einsetzen. Die 13. Keine 13 für mich. Ähm, wo ist die 13? B. Das ist mir, Gott, Yossi. Yay! Hm? Um. So. Um. Was ist das? Ich bin jetzt oben und seitlich. Okay, oben und seitlich. Okay, da muss ich dann oben. Oben und seitlich, okay. Okay, so weiter. Also wirklich, also, ja, die Schneiderlinge einfangen habe ich so immer gehabt. Was, das ist nicht so sehr schwer. Was, 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 was. Was, 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 was. Nein. Ich kann doch verraten, ähm... Null. Ich glaube, er hat nur noch eins. Ich glaube, er hat nur noch eins, was, 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 was So, letztes Minispiel dieses Parts. Partei gegen Final-Spiel, das ist... Bestellung bitte! Hm, lecker, ich werd jetzt gleich hungrig. Miam! Abwohl. Ähm, aha, Schachtschuss. Okay. Okay. Okay! Wie viel Schachtel? Wie viel Schachtel? Hä? Start! Hm. Oh. Ah! Ha! Wow, so zwei, wenn ich dieses ... Nein. Gewonnen! Yes! Wir haben gewonnen. Yum-Yum! Endlich Futter! Was will ich haben? Wirst du sehen! Damit hätte ich einen Stein gekriegt, aber was soll ich? Bin Dritter? Damit bin ich ganz hart zufrieden, also mit dem dritten Platz. Das... Gut gemacht! Hier sind die Erdgebnisse. Die Erdgebnisse. Die Erdgebnisse sind sehr hart. Ein Stern. Die Erdgebnisse sind sehr hart. Die Erdgebnisse sind sehr hart. Die Erdgebnisse sind sehr hart. Was? Auch an mich? LOL! Yay! Auch wieder! Aber ich habe gewonnen, Leute! Komm! Geh! Hallo, Philippe! Kanzler mit den Bonus-Trenders! Hallo, Philippe! Du bist ein Panzer! 4 Sterne, aber mehr Münzen. Dann unser 1 Ergebnis für Atom, ich habe 4 Sterne, die Münzen, ja. 4 Sterne, aber ich würde sagen, das war es mit diesem Mario Party. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war es mit dem Part auf. In der kommenden Folge geht es dann weiter mit dem nächsten Mario Party. Also, ich bedanke mich erstmal für dieses Mario Party Part. Und ja, deswegen sind wir uns dann im nächsten Mario Party. Und ja, also werdet ihr in den Kommentaren sagen, wenn ihr dann kommen. Und da auch freut euch. Und dann! Okay! Ja! 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 Leute! Ja!